Ganz allgemein gefragt, was ist für Sie eine inklusive Schule? Für mich bedeutet Inklusion, dass die Kinder aus unserer dörflichen Gemeinschaft auch bei uns die Schule besuchen können, dass die Schule ein Teil des ganz normalen alltäglichen Lebens ist. Was geben Sie aus Ihrer Sicht und Ihrer Erfahrung anderen Schulleitern, die mit ihrer Schule auf diesem Weg sind oder auf diesen Weg gehen wollen, für Tipps? Worauf ist besonders zu achten? Es braucht sicher sehr viel Neugierde. Ich denke, eine neugierige Haltung, neugierig sein auf andere Menschen, neugierig sein für andere Themen, spielt eben nicht nur bei der Inklusion eine Rolle, sondern auch, wenn es darum geht, neue Informatikmittel einzuführen. Auch das ist einfacher mit Menschen, die neugierig sind. Was in diesem Zusammenhang auch ganz wichtig ist, dass Lehrpersonen die Möglichkeit haben zu sagen, jetzt geht es nicht mehr. Dass sie den Mut dazu haben. Einfach auch zu sagen, wenn es so weitergeht, dann leide ich massiv darunter. Gibt es auch Erfolgsgeschichten, auf die Sie stolz sind als Schule und Schulleitung? Ja, das gibt es. Wir haben einen Jungen ganz am Anfang, als ich angefangen habe als Schulleiter, sind die Eltern auf uns zugekommen und haben sich dafür stark gemacht, dass ihr Junge bei uns die Schule besuchen kann. So eine integrative Sonderschulung war noch nicht institutionalisiert im Kanton Thurgau. Und wir haben uns darauf eingelassen, in Diskussion auch mit dem kantonalen Schulpsychologischen Dienst. Wir haben Ressourcen bekommen dafür, um das zu bewerkstelligen. Und es ist uns gelungen, ein Kind, das disziplinarisch auffällig war, das kognitive Schwierigkeiten hatte und das eine das andere ergab und sich Eltern massiv dagegen gestellt haben. Andere Eltern? Andere Eltern, ja. Haben wir es geschafft, dass dieses Kind bei uns die Schule, die obligatorische Schulzeit, also elf Jahre fertig machen konnte und heute in einer Berufsausbildung ist. Wie gross schätzen Sie die Bedeutung von Fachwissen ein? Störungs- und behinderungsspezifischem Fachwissen, damit Inklusion gelingt? Ich finde, es braucht viel Fachwissen. Wir brauchen gut ausgebildete Leute in den Schulen. Denn sonst glaube ich, dass die eigene Wahrnehmung im Vordergrund steht und diese eigene Wahrnehmung sagt, es geht etwas nicht, ich möchte dieses Problem loswerden. Das ist unser ganz natürlicher Reflex, was auch ganz okay ist. Aber unser Fachwissen ist dann vonnöten, um fachlich reflektieren zu können, es kann erfolgreich sein. Ich brauche Strategien, ich brauche Ideen im Umgang damit. Und da spielt die Ausbildung gerade von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine sehr grosse Rolle, auch im Coaching von Lehrpersonen oder auch Schulleitungen, die gecoacht werden von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, dass Inklusion gelingen kann. Ich arbeite weiter. Untertitelung des ZDF, 2020